Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie von Sebastian Havaral vor aus JAMA. Es geht um Symptome und funktionelle Einschränkungen acht Monate nach mild verlaufender Covid-19-Erkrankung bei Mitarbeitenden im Gesundheitswesen. Acht Monate nach einem milden Verlauf von Covid-19 leidet jeder zehnte Mitarbeiter einer Klinik in Schweden noch an mindestens einem Residualsymptom, das sich negativ auf seine Arbeit, sein soziales oder häusliches Leben auswirkt. Dies berichten Public-Health-Forscher im amerikanischen Ärzteblatt. Mitarbeiter des Kaulinska-Instituts in Stockholm hatten bis Anfang Mai letzten Jahres dem gesamten Gesundheitspersonal eines lokalen Krankenhauses einen PCR-Test auf SARS-CoV-2 angeboten. Von den 2.149 Mitarbeitern, die getestet wurden, hatten sich 393 infiziert. Alle Mitarbeiter werden seither regelmäßig nach ihren Beschwerden befragt. Von den 323 Personen, Median des Alter 43 Jahren, die nur leicht an Covid-19 erkrankt waren, klagten 26% nach zwei Monaten noch über mindestens ein mittelschweres bis schweres Symptom. Unter den seronegativen Personen, die sich auch später nicht infizierten, waren nur 9% aus anderen Gründen erkrankt. Es wurde ein dreifach erhöhtes Risiko-Risiko-Ratio 2,9, Konfidenzintervall 2,2 bis 3,8 ermittelt. Nach acht Monaten gaben noch 15% gegenüber 3% mindestens ein mittelschweres bis schweres Symptom an Risiko-Ratio 4,4, Konfidenzintervall 2,9 bis 6,7. Am häufigsten klagten die jungen Mitarbeiter über Anosmie, Müdigkeit, Argoysie und Dyspnoe. Eine erhöhte Prävalenz kognitiver Störungen, Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme oder körperliche Beschwerden wie Muskel- und Gelenkschmerzen, Herzklopfen oder Langzeitfieber waren nicht erkennbar. Trotzdem beeinträchtigten die Residualsymptome die Mitarbeiter auch nach acht Monaten. 8% sahen sich in ihrem Arbeitsleben beeinträchtigt gegenüber 4% der seronegativen Teilnehmer. Risiko-Ratio 1,8, Konfidenzintervall 1,2 bis 2,9. Insgesamt 15% kamen an, dass die Beschwerden ihr soziales Leben stören, verglichen mit 6% der seronegativen Teilnehmer. Risiko-Ratio 2,5, Konfidenz 1,8 bis 3,6. Störungen im häuslichen Leben empfanden 12% gegenüber 5%. Risiko-Ratio 2,3, Konfidenz 1,6 bis 3,4. In der Schien-Disability-Scale, die Auswirkungen auf die drei Bereiche Arbeit, Soziales und Familiäres Leben erfasst, gaben 11% der seropositiven Teilnehmer in allen drei Kategorien eine mäßige bis deutliche Störung an, sowie mindestens ein mittelschweres bis schweres Symptom, das seit acht Monaten besteht, verglichen mit 2% der seronegativen Teilnehmer. Risiko-Ratio 4,5, Konfidenzintervall 2,7 bis 7,3. Die Ergebnisse sind eine Mahnung an alle jungen und gesunden Menschen, die Gefahr, die von dem Virus für sie ausgehen, nichts zu unterschätzen und sich vorsichtig zu verhalten. Die freizugänglichen Informationen entnehmen Sie der Publikation im JAMA.